Es war eine super Fondsforum-Konferenz 2024. Ein wieder ganz toll arbeitender Fachbeirat hat ein super Programm aufgestellt. 22 Unternehmen aus der institutionellen Immobilienwirtschaft haben sich mit Kooperationen und Sponsorings in die Veranstaltung ganz aktiv eingebracht. 30 Referenten, über 30 Referenten genauer gesagt, sind gekommen und haben mit uns zwei ganz intensive Tage jetzt durchlebt. Beeindruckend fand ich wieder bei unserer Fondsforum-Konferenz unser Vorabend-Dinner, was wir an einem Abend vor dem Konferenzstart nochmal machen in einer kleinen Gruppe. Es kamen 30 Investoren und 30 Immobilien- und Fondsmanager. Es gab einen sehr guten Match dadurch, viele gute Gespräche. Ich bin jetzt richtig voll in meinem Kopf nach diesen insgesamt fast drei Tagen. Jetzt kommt ein bisschen Ruhe rein, dann starten wir im Winter wieder mit den Vorbereitungen des Programms fürs nächste Jahr. Und da haben wir echt viel auf der Liste, was uns aufgetragen wurde dieses Jahr, was wir nächstes Jahr dann thematisch abarbeiten werden. Und da haben wir noch, was wir nächsten Mal haben. Vielen Dank.